Dies ist der historische Marktplatz von Hallstatt. Weltkulturerbe und ehemalige Touristenhochburg. Heute ist es ruhig hier. Vielleicht liegt es an den Zug, hohen, Übernachtungspreisen oder darauf, dass die meisten Restaurants abends und viele auch ganz tags geschlossen sind. Warum? Keine Ahnung. Ein Besuch bleibt dennoch ein einzigartiges Erlebnis. Vorabschiedetzer Okay, over. Okay, over.